hi leute und willkommen zu einer weiteren folge von gta 5 online und wieder mit dabei sind die üblichen verdächtigen und zwar der agro kolb hallo der chris play moin moin der mr helm mahlzeit der noxie servos der onkel von gamers check lp hallöchen der rivano ja hallo ja und noch im ts zockt aber gerade nicht mit ist der scorpio moinsen genau der hat es nicht geschafft jetzt ins spiel mit reinzukommen und deswegen verdammt nochmal das geht ja das geht los glaube ich muss mal kurz eine runde aussetzen aber ich denke mal da wird man schon verkraften oder also ich habe hier schon wieder chat rechts stehen oh deathmatch hab gleich aufgepasst da muss ich wieder wechseln hier du tastatur so wir spielen jetzt deathmatch also 4 gegen 3 würde ich sagen da ist komplett der smash ne? ohhh alter chris doch ernst alter die map kenne ich noch garnicht cool der geht ab oh wer ist das? oh nein ohh geh weg 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 du stinkt hier nein du stinkt hier nein nein du stinkt hier nein 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 du stinkt hier nein 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 man kann hier auch runter fallen ne? oh akro so an die rache alter weißt du da kommt ich in den rache ich wollte gerade mal gucken im schluss ab er hat der er betrachtet er hat er er will gerade mal gucken was hier so abgeht in dc land oder größte von hinten weißt du er geht aufs hafen hier ist doch gar er geht ab er hat er jetzt richtig in der rache ist muss es noch nicht darum rennen weiß einer von euch wie c4 in die luft liegt muss ich da was drücken ein gar nix Ha ha, so! Ha ha ha! Oh, wo ist das? Er hat mir das Ding aus der Hand geschossen, du Sau! Ah, wie schießt er, nein! Ich hab dem Rivano das C4 direkt aus der Hand geballert. Oh, wie geile! Irgendwie schießt einfach mal quer darüber. So krieg ich irgendwie die ganze Zeit durch Headshots? Was ist denn hier los? Oh, wie nicht umfällt! Oh, der letzte Schuss! Ich bin fast tot, ey! Alter, ich brauch unbedingt ne Panzerfaust oder mindestens zwei Panzerfausten. Schöne Rolle, aber hat nichts gebracht. Wo seid ihr denn alle? Das weiß ich selbst nicht! Ah, klar, hinter mir! Ihr Papa-Helm, der alte Camper, wo war der wieder, hä? Du blöder Feinale! Ich kam hinter dir grad angelaufen! Oh, Mann, ey! Ich hab die Camper gesehen! Aua! Ich lauf ganz friede vor heute Eierkuchen mit meiner Knarre! Ich wollt niemandem was tun! Oh, Mann, da kommt man nicht lang, verdammt! Ich häng hier fest, Shit! So, jetzt spielen wir mal richtig! Wir würden nicht gekämpfen! Alter, das gibt's gar nicht, wenn ich umfällt! So geht das! Beendet's doch meine Siegeserie! Das war gut! Ich hab meine Profi-Urkunde letztens abgeholt, deswegen... Alter, da, die Rache ist Blutwurst, ne? Ich hab die geknippel gekriegt! Genippel... Ah, geh weg, geh weg! Onkel, der alte Rewano hier! So, weg! Groß! Rewano, Check-EP! Oh, ne! Ach, ne? Ja, ne? Was war das denn jetzt? Ach, das ist nicht gerollt! Jetzt war ich zu Rewano! Rewano, du musst noch ein bisschen leiser drehen! Boah, Alter! Schreib mal bitte nicht so, Rewano! Ich hab gedacht, ich hätte ihn umgehauen! Nein, 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 nein! Boah! Ah, da ist schon wieder der Noxy hier! Nein, 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 nein! Direkt stark! Nein, wir haben uns gegenseitig... Oh, schau, was... Er hat den Kopf geschossen! Aber richtig! Headshot! Double Headshot! Boah! Der kriegst wieder! Nein! Ach, komm, ey! Abstauber! Wie, das war Noxy! Ja! Die Rübe weggemäht! Das war aber Scorpion Nox, nicht! So, da hab ich ihn! Headshot! Ja, ich hab euch mal den größten Teil mal eine Freundschaft einfach mal geschickt! Jojo, ach! Der Papa-Helm! Der alte Veteran! Oha! Ich zieh ihn immer auf die Klöten! Ach Mensch, wo kommt der denn her? Ja, was für Klöten! Der küsst blech für mich, Alter! Ich hab keinen! Also, mein Betrachter hat keinen! Boah! Du hast doch einen Stealth-Anzug an! Ich hab dich gar nicht gesehen! Moin! Oh, wer ist das? Ach, der Rivano wieder! Boah! Geh weg, du Stück Elend! Hoah! Oh, voll in die Fresse! Oh, Leute! Aber hier traf ich jedes Mal Headdy! Gabax hat sich direkt neben mich gelegt! Ich hab's gefühlt, sonst sterben die Leute nicht! Kann das sein? Na, das liegt wahrscheinlich da! Boah, wie er sich rollt! Der war gut, ey! Der war richtig! Der ist mal direkt in die Birne! Eine Frechheit! Oh, Mann! Amok! Ähm... Onkel? Ja? Ja, bitte? Ich habe auch eine, äh, Anfrage, äh, an die Crew gesendet! Oh, who cares! Tschuldigung! Ja, ist immer dann schon, ist immer dann schon! Ne, ich sag, ich sag ihr nur Bescheid! Ja, interessiert mich nicht! Wir sind grad am Aufnehmen! Sorry! So! Wen haben wir denn da? Und wir haben ja gerade schön den Headshot gegeben! Was auf der Gold Rivano! Oh, du Drecksack, Alter! Der ist der Quiz schon wieder! Ey, das gibt's doch gar nicht! Egal, wer... Oh nein! Wär ich mal auf dich zugewandt, ey! Ich muss den Quiz, glaub ich, töten! Den musst du mal suchen, ey! Wow, wow! Alter, was spawnte ihr denn da? Oh, krass, ey! Oh, ich treffe mich! Links, rechts daneben! Ich bin grad auf die Welt gekommen und direkt werde ich beballert, ey! Ich bin grad auf die Welt gekommen und direkt werde ich beballert, ey! Ich bin grad auf die Welt gekommen! Wie mit Klamotten mit Knarre geboren worden! Bei denen war's gerade genau andersrum! Ich bin hier eingespawnt! Ah, nein! Das ist mein Drecksack! Nein, du Drecksack! Ach, da kämmt einer oben auf... Ich kämmt nicht! Ja! Gekillt! Rache kill! Du standst vor mir und der steckt seine Waffe weg! Was ist denn da los jetzt? Das ist, was sie hat! Wollte sterben! Wow! Alter! Ich hab's Gefühl, hier... Und scheiße! Ich hab's Gefühl, hier stirbt man nur mit dem Headdy! Ich hab das Zebra gezähmt! Was? Das Zebra... Das war ein Insider noch gesehen! Ach, scheiße! Dass der Edge dabei sein muss! Der Gabak schon wieder, ey! Rewano! Lass dich doch nicht einfach so ablecken! Lass dich nicht! Loll, der spawnt einfach direkt vor mir! Hallo! Was geht? Alter, liegt hier viel Geld rum! Stirb, Agro! Boah! Ja! Schlagt mir nur rum um! Ach, mein Faced hier! Welche Taste ist denn falsch? Alter, wer spawnt... Alter, was spawnt ihr denn hier einfach direkt vor mir? Was sagst? Das gibt's überhaupt nicht! Oh, Mann! Ich glaub, die Map ist komisch! Irgendwie... Ist geil! Gefällt mir! Ich blick da nicht durch! Spring mal runter, Noxy! Nein! Die ist schön übersicht! Es gibt keinen Fallschirm, nutze ich das! Wollts mal probieren, ne? Ja, ich hab's... Maybe! Oh, von den Seiten! Oh, ja, ist klar! Geht weg! Voll im Sandwich! Voll im Sandwich! Denk die Rübe! Boah, was geht denn hier, ey? Eka! Ja! Aha! Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, vernehm den denn! Hm, der kann... Die Auszeichnung Headbanger! Wow! Zum Glück, Kind... Mann stirb! Ich schieß die ganze Zeit! Als würden die Kugeln um dich herumfliegen, gar weiß! Tun sie, das ist Wanted hier, weißt du doch! Ey, ich weiche aus wie in Matrix, weißt du? Oh, Alter! Ich schieße wie in Wanted! Was?! Was?! Das ist so schnell und ich seh das nicht! Alter, was kommt ihr denn da? Von wo hast du mich jetzt erschossen? Nein, das kriegt der da hoch, der Drecksack! Das war ich nicht! Was? Alter, wie hier Blut am Kran klebt! Ja, deins! Keine Ahnung, das kann sein! Mann, der spawnt jemand hinter mir, das ist doch... Muss den Gabax wiederkriegen! Alter, das gibt's doch gar nicht, ey! Warum? Ich hab dir nix getan! Ach ne, von hinten auch noch geschossen! Hui! Scheiße! Rannackenregen! Ey, ich muss nachladen! Warte! Ivano! Ich bin schon wieder hinter mir, he? Na, verstehen! Ricksack! Oh! Oh! Hey! Geht's so ab! Drei Leute haben... Ja, gehst so ab! Drei Leute haben aber vorher Drolf mal getötet! Ich hab dir vorbeigeschossen! Bei dieser Map hab ich echt ein bisschen Probleme, ja? Nett nur du! Der Agro... Agro kam die Treppe hoch, direkt nach meine Hände! Oh Gott! Lackshot! Chris, nice! Nee, bei dem Spiel, ich weiß auch nicht, ey! Da hab ich Reflexe wahrscheinlich, weil das alles so bunt ist! Bei anderen Shooters... Ah! Du Sack, ey! Wie auf Drohungen, ne? Ich dachte, er läuft weiter, weißt du? Ich guck so, wo ist er denn? Ich drehe... Bevor ich Rainbow Six das nächste Mal spiele, irgendwas nehmen, ey! Ja, ist klar! Warum hast du dich jetzt was genommen, oder was? Nee, aber hier ist alles so bunt, da treff ich... Oh, ich hab doch geschossen, ey! Ach so! Okay, das ergibt sich... Ich hab doch voll geschossen, ey! Nein, ich wurde von Heino getötet! Von Heino? Ja! Aha! Schwarzbraunis, die Haselnuss! Das klingt grad zu authentisch! Nein! Oh! Aha! Gäbs, ne? Oh, Mann! Haselnuss! Hast du schon mal so viele Kills? Die Haselnuss! Die Haselnuss! Haselnuss! Was, Bronis? Die Haselnuss! Mein Fadenkreuz war schon auf deinem Gesicht! Doch! Oh, gut! Das ist auch... Gabax hat schon 30 Kills, Alter! Ah, da hat er mich, der Onkel! Übermenschliche Kräfte sind hier im Werk! Was juckt mich Gab... Wanted, sag ich doch! Die macht es halt mit mir! Übermenschlich! Genau, die macht es mit mir! Übermenschlich! Und auch im Dezember! Oh nein! Ich hatte schon den Punkt auf deinem Kocken! Oh, bin ich jetzt erschrocken! Oha! Nein! Das macht ja eine tolle Rolle! Die kann man ja so eine Rolle machen! Mit Leertaste doppelt... Also... Oha! Zweimal drücken! Das hätt's jetzt gern gehabt, hä? Weg! Mann, das gibt's doch gar nicht! Ich hab doch vor drauf gehalten! Schön von hinten gestreut! Äh... Moin! Beide! Beide! Trisset mich jetzt nicht! Da hat er mich noch geböllert! Der Onkel, der trifft auch ziemlich gut! Oh! Oh! Was ist denn das? Agro Kolb hat mich ungenietet! Das gefällt mir überhaupt nicht! Oh! Agro Kolb! Wer war das? Ach Noxi war das! Du siehst so ein bisschen aus wie... Also dein Charakter sieht aus wie Floyd! Oh! Eigentlich wie ich, aber ist auch in Ordnung! Boah, das gibt's doch gar nicht! Komm Chris, du hast doch... Du hast wirklich was genommen! Was ist denn? Der hat das Ziel-Update aktiviert! Ah, der Drecksack! Der wartet an der Ecke auf mich, weißt du! Ich hab dich ja vorher schon gesehen, ich bin voll hier weg und dann... Achso! Ich denk so... Ich denk so, rennt er denn hin, ne? Ich komm und dann steht er da und zieht mich schon an! Ich hör die ganze Zeit nur... Eits, 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 Eits! Oh, immer von hinten! Die Schweine! Nein! Ich schieß dir mit der Pumpe ins Bein und du läufst weiter und lachst mich aus! Doch, kann doch nicht! Mit der Pumpe... Ja, mit der Pumpe wasser gemacht! Wo ist der Drecksack? Ah nein, nicht von... Ah, shit! Oh, ich kann mich nicht durchdrehen in diesem Scheißrohr da! Dieser Drecksack! Komm, nur Energie, ey! Geht mal weg, bitte! Danke! Nein! Der Kraut! Ach! Hä? Der hat das... Keine Ahnung, aber ich hab gekuschelt und ich hab einfach reingerotzt! Ja, ich wollt den... Ich wollt den Onkel eine verpassen, ey! Aber hat leider nicht geklappt! Hm? Warum? Nein! Warum denn ich? Warum ich hab... Ich bin... Du standst da! Warum ich? Warum ich? Ich bin... Ah, okay! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder, Daxi! Jetzt mach ich dich kaputt! Was, so ein Idiot! Das ist... Alter! Nein, das wollte ich gerade machen! Runter! 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 Du bist der Quotenschwache, das weißt du! Im Flug hergegessen! Wie geil war das denn jetzt? Du bist runtergefallen, dann voll meine Kugel in dein Kopf so und dann... Wer war unten? Scheiße, irgendwas... irgendwas beballert mich! Hilfe! Ah! Nein! Jetzt bin ich... Jetzt bin ich aber der Quotenroter! Alter! Ohne Scheiß! Wenn ich irgendwann Star Wars spielen sollte, spiel ich einen... Einen aus dem Imperium, ey! So wie ich schieße gerade! Oh! Das ist schon wieder! Gibt's doch gar nicht! Daher ist er doch! Chancen! Von wem? Habe ich dich auch getötet? Ich dachte erst gar nicht... Ich dachte, der Helm ist gar nicht mehr da! Das ist nie, Leute! Oh! Scheiße! Nee! Das gibt's doch nicht! Schon ging... Das war gut, Helm! Das war gut, Helm! Das war gut, Helm! Ah! Geh weg! Geh weg! Ballon! Ohh! A-haha! Oh! Endlich! Da hab ich mir das Schrot in die Kaste gedrückt! الح! Boah! Der hat an meinen Spawnpunkt gewartet, der Sack! Ach! Böllern? Alter, war immer nur episch. Hat schon ein Zelt aufgebaut. Da kommt der Rivano gleich, ich starte hier. Boah, Alter! Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ey. Bin ich bescheuert. Naja, also, war es jetzt eine Frage? Ach, scheiße. Zweiter! Siebter! Wie viele Leute sind wir? Sieben. Nein! Nein! Kuran 20. Boah, das ist ja wie Mobbing hier. Sechs von sieben haben nichts gegen Mobbing. Ja, der war aber diesmal auch echt. Also, Quizplay war jetzt nicht weit unterschätzen. Boah, ich hab voll die gute KD. Boah. Wir sind ziemlich eng aneinander. Das hab ich ja mal geguckt, deswegen meinte ich ja, ich muss den Gabax wieder kriegen. Ja, wie heißt er hier? Scorpinox, das muss aber schnell reinkommen, ne? Wir haben immer so ein paar Sekunden Zeit. Wie das ist es? Die typischen GTA Online-Probleme, vielleicht kennt ihr es ja auch. Nein! Das ist einfach nicht. Es lebt einfach nicht. Und dann zeigen wir es. Ja, das ist normal. Was machen wir jetzt? Wir haben doch hier noch aktualisieren. Wir haben doch hier noch aktualisieren. Warum aktualisieren? Wir haben doch noch ein Diffen. Oh, 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 oh. Vielleicht merkt das Onkel wieder Rauch im Mund. Oh, 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 oh. Onkel, once more, du könntest es jetzt nochmal versuchen, bevor ich jetzt schon wieder gecrashed werde. Boxenstopp. Was machen wir denn jetzt? Boxenstopp. Noch ein Deathmatch. Oh, das macht so Spaß. Ich will meine Rache. Ich will meine Rache. Ne, Elboro High ist. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Ich will meine Rache. So spät. So. So. Könnte ich mir nochmal eine an schicken. Die Kugel zählt. Oh, ja. Aber ich kann mit dem Präzisionsgewehr weniger treffen als mit einer Pistole. So. Was ein Gemetzel, du leckst mir am Arsch. Feste und aufnehmbare, okay. Und Feste kannst du auch einstellen, oder? Ach, da ist Sturmgewehr. Okay. Gib mal allen eine Panzerfrau. Die gerade eben war richtig heiß, die Waffe. Wir spielen das mal mit kleinen Waffen. So, jetzt habe ich Scorpio auch eingeladen. Welche Waffe war das gerade? Sturmgewehr, oder was? MP5 war das, glaube ich. War aber nice, ey. Die ging gut. So, jetzt habe ich... Oder MP7, glaube ich, war das. Ja, kaum verzogen. Oder wir nehmen mal die Pistole. Die Hardcore-Pistole. Ach, guck, du spielst trotzdem mit Controller, ja? Level 734, genau. Algo, bist du dir ja ganz sicher? Ja! Das ist doch gecheatet! Er lebt in dem Game, oder? Das Geile ist, das ist ein Team-Deathmatch und jetzt sind wir acht Leute. Ja, das passt doch. Ja, soll man vier gegen vier machen? Das ist kein Team-Deathmatch. Ja, ja. Steht da oben. Das Böse kennt keine Pause in diesem traditionellen Team-Deathmatch. Ich schalte es doch alle um. Ich liebe Onkel seine Versprecher. So. Ich wette schon mal... Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Ich wette, komm mal, Kanonfutter, Scharfschütze... Was? Polizei Schütze... Ich schalte... Amateurschütze... Onkel, ich wette 10.000 auf dich. Verlass mich nicht. Du hast 10.000? Was machst du hier? Liebe auf Chris... Oh Gott, mit der AK geht's wieder los. Liebe auf Chris? Also, Gabax, das hat jetzt... Oh Gott, ey. Wie viel habt ihr denn auf dem Konto? Vergiss, was ich gesagt habe. Äh, 108.000. Nee, das kann ich nicht selber vergessen, Gabax. Nur. Ach, komm, ey. Ich bin gerade auf die Welt gekommen. Ja, ich doch auch. Nein, du nicht. Was soll ich denn machen? Du wartest, du warst schon hier. Oh, hier, der, der, der... Ich war... Oh, boah. Fuck! Wow! Hier fährt mich einfach der Noxi um! Gern moin' Alter! Sag der auch noch guten Morgen, ey. Jetzt ist meine Lunge zerplatzt. Ey, stirb doch mal! Wow! Doppelkill! Ey! Hallo, ich bin im Drive-In! Hallo! Ich hätt... Hallo! Ich hätt gern Pommes und n Hotdog! Ey! Lieber im Drive-Nights im Drive-By! Aua! Bin ich von hinten erschossen! Einmal ficken, weiterficken! Was? Ein Macs Ficken und Salat! Ey! Man, ich spawn hier jedes Mal in der Mitte, das ist nicht... Fein! Sie wissen schon, dass das gleich piekst! Wer piekst? Wie ist es denn? Ja, komm! Wie ist es denn? Ja, die Möglichkeit! Ist der Papa-Helbo gestorben? Natürlich! Oh nein, nein! Ich ja gar nicht! Alter, ich werd ja... Wie kann das? Oh nö! Ich werd ja von allen Seiten belümpft! Wer war das? Ja, sauber! Das war ein direkter Headshot! Alter sitzt im Auto drin, so ein Schwein! Schwein! Da war ne Lampe! Was ist das denn? Bleibst du stehen? Wer lacht denn da so dreckig? Leute, habt ihr das auch gehört? Dieses Lachen? Alter! Scheiße! Ich wollte das Motorrad immer schlauer, nicht so geklappt! Ja, ich bin auch mit dem Motorrad gegen die Schranke gefahren und erst mal überschlagen und dann lieg ich da! Scheiße! Ja? Gibst du, du hast ja mich geübt! Ach komm jetzt! Oh! Au! Warum soll ich hell nicht geübt werden? Ah! Wie oft soll ich denn noch in den Kopf schießen?! Alter! Ruhig Blut! Zwei komplette Magazinen in den Kopf gezimmert und er lacht mich aus! Ich war schon fast tot, ey! Ich geh ins Kopf! Ins Kopf! Ins Kopf! Deutsch gut! Ich bin ein Baum! Schieß mich nicht ab! Agro, Alter! Der alte Terrorist, ey! Ich bin ein Baum-Schreiber! In seinem Container-Lager drin! Ich warte auf dich! Ah! Von wo? Aber immer von hinten dieser Chris! Ist ja schlimm! Und wie du dich umfällst! Alter! Ja und wie ich von hinten noch erschossen werde! Ich glaub mir ein Kilken müsste es denn sein! Ey, das können wir ja mal in echt machen bei McDonalds hinten! So ein richtig schöner Paintball-Mapel-Mapel! Was?! Natürlich! Wie auch klar! Drei Minuten hab ich daneben geschossen! Weil im Magazin der Chris dreht sich um ein! So lange hast du nicht mal gelebt! Ja! Leider nicht! Die Map ist auf jeden Fall nicht meine, ey! Die können von allen Seiten kommen! Das ist scheiße! Das ist echt schwer! Ja, ja! Ah ey! Ja, Rewanu klau mir immer den Killen! Ne, Quatsch! Das war ja der Hate! Ja, ich hab den Onkel mal eben kurz weggelockt! Kleiner Taliban! Ohohohoho! Jetzt geht's los! Was war das denn? Was war das denn? Was geht denn hier ab, ey? Ich will Granaten haben! Wo sind die denn? Ja, hier bei mir! Ich will Granaten! Das ist geil! Heino! Oh Gott! Hä? Was? Er kommt! Er kommt! Heilig! Die Autoschrot! Oh Gott! Ah, was? Wo denn? Warte ist aber auch kacke! Nimm die nicht nochmal! Ja, die ist total unpräzise! Ach Gott, ey! Mega unpräzise! Dieser AK ist übelst geil! Die ist so unpräzise! Ja, aber die streut! Wie sau! Echt? Ich streue mir hier ab ohne Ende! Du darfst nur nicht ziehen! Wieso nicht... Oh Gott! Ich hab den Noxy ausgelockt! Da kam nackter Rewanu aus dem Gebüsch und haut mich mit seinem Knüppel um! Ja, Buschmann! Knüppel raus im Krüppelhaus! Alter! Gleich ein D-Abo! So ehrlich, ey! Alter! Ich kann nicht mehr! Oh, immer diese Leute von den... Wie war das? Heute lassen wir die Assi-Ecke daheim? Rang erhöht, Schläge, Alter! Kann ich jetzt besser zielen? Weil ich dich gesehen hab! Und mit der Knarre hier, da kannst du jetzt immer draufhauen! Oh man! Rewanu, du auch noch! Und da auch noch! Oh! Oh! Ist klar! Immer nicht mehr zu wollen! Ja! Ah, du Drecksack da hinten! Der Onkel, weißt du? Alter ferngesteuerter... Ah ja! Ah ja! Chris Mistel-Kugeln hat der! Oh Gott! Genau! Ferngesteuerte Kugeln! Von wo kommt ihr denn immer? Na ja! Es ist variiert! Wir landen hier! Wir sind Engel! Ja, äh... Rewanu sieht ja aus! Oh! Dem Engel, der mit Himmel gefallen ist! Flach auf Gesicht! Oh Gott! Flying Donuts! Mach dir doch auch mal! Stimmt das Onkel sei eine Runde! Alter, du hast doch bestimmt hier die übelste Rüstung, oder? Du hältst ja alles aus! Ja, ich sammle hier die ganze Zeit noch eine schöne Rüstung rein! Aha! Achso, du schießt gar nicht rum, du sammelst einfach nur! Ach, der kommt von hinten, weißt du, steckt mir seinen Stängel da! Ja, mein Stängel, ne? Das ist ein TIE-Fighter! Kleinen Limmel da, weißt du, vor Angst bin ich gestorben! Achso! Genau! Vaterhelm hier! Oh, Alter! Vater, oder? So, da bin ich wohl einfach umgefallen! Jetzt geht's los, ey! Ach, kann doch nicht sein, Mann! Alter, das gibt's doch gar nicht! Meine Kugeln, ey, die haben doch... Ja, genau! Alter! Du musst da drauf schießen, ne? Ja, hab ich auch immer gemacht, aber bei mir hat's nix gemacht! Ach, was war das denn? Woher denn? Agro, ey, wo war der denn wieder? Der hat als Erde getarnt, ey, als Busch oder so! Als Erde! Als Dreck ist der getarnt! Er hat sich als Erde getarnt! Boah, ich würd' gerne den Tanker da hinten in die Luft jagen! Ah! Ich würd' dich total inspirierend! Der hat genau gewartet, bis ich mich rumgedreht hab, der Dreck! Aua! 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 Keine Serie! Nein, ich hab mir... Auf der Karte hab' ich dich gesehen, ey! Also, ich warte hier in den Pommesbude-Laden, ihr könnt' gerne ein Würstchen mit Kugeln haben! Boah, Alter! Nicht von zwei Seiten! Ach, Gott! Ich hab doch auf dich geschossen! Ach, das war Noxy! Ja, wenn ich zwei Streitfot sich geflöte! Ja, ist klar! Wer auch sonst? Alter! Wird ja hier... Wenn man hier in der Mitte ist, ist man ja geliefert, ne? Weiß man gar nicht zum... Oh, geil! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ach, wenn man auf den Knopf drückt, spawnt mal schneller! Boah! Ja, natürlich! Du musst ganz schnell klicken! Ach, wartest du immer, oder was? Ja, natürlich! Ach, Gott, nee! Dreht euch nicht um, der Onkel steht hinter dir! Und guckt! Alter Onkel, du leckst bei mir ganz schön! Aha! Ich leck' überhaupt nicht! Der Onkel leckt herum! Ich leck' alles ab! Ich tu mich hier... Ich tu mich hier schnell hin und her bewegen, und der sagt, ich leck! Alter, jetzt hast du... Jetzt... Nein, du leckst wirklich! Ich leck' überhaupt nicht! Boah! 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 Findest du ein! Gebt den mir einen ins Gesicht! Gelöchert! Ja, da überfährt mich hier gleich einer, oder was? Ja, das ist der Papa, weißt du? Der kommt wieder mit seinem Auto hier! Ach, Akko hat mich getötet! Zappel, du! Ich dachte schon, du wärst es gewesen! Oh, nein! Oh, geil! Du hast mich gar nicht getötet, Kollege! Alter, wer hat sich hier los? Boah! Ist ja wie Weihnachten hier, ey! Ich bin der Heckenschütze hier, Kollege! Alter, was ist das? Was seid ihr denn? Aber was tun sie denn? Jetzt komm hier! Komm, Papa! Ich krieg dich! Ich krieg... Ey, Papa! Oh, wer schießt mich denn von hinten an? Was soll das? Mann, Chris! Ach, Gott, ey! Chris, ich hab den Beweis, sie hacken! Oh, Mann! Komm! Oh! Wenn man von der Seite getötet würden würde! Ich hätte ihn ihm so richtig schön geben können, aber du musst mir wieder den Kill klauen, Onkel! Ey! Oh Gott! Scheiße! Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wirst du überfahren? Ja! Geil, alles richtig gemacht! Du hast mich abgeschossen, ich hab mich rumgedreht und dann kam ein Lowrider! Der war so freutig und hat mich mitgenommen! Oh, jetzt geht das wieder los, ey! Mann, wie war das nochmal mit Granatenwerfen, wie geht das? Wie geht das? Äh, drauf... Ja, mach ich! Aber die lassen sich die... Rechte Maustaste halten zum Ziel! Und dann... Und dann... Wenn du die rechte Maustaste hältst, einfach links... Ja, hab ich! Aber der lässt die immer... Ne, du lässt das... Weil der immer die rechte Maustaste zuerst loslässt! Na, so! Geh wieder vernehmen! Mit der Schrotz! Dein ist klar! Das ist ewig! Na ja, der Scharfschütze dahinten wieder! Leck mich doch! Geh weg! Oh, jetzt schon wieder von hinten! That's what she said! Ja, der Chris macht einen Schuss und spinne jetzt mal weg! Hahaha! Durchfuss! Zwei Muin und Nona! Oh, der kleine Dregsack, da haben die ausgeschaltet! Verdammt! Verdammt! Was stürm! In meiner Atmosphäre hier! Sag mal, stürmst du bald mal?! Oh, jetzt... Was hast du denn für ne Rüstung?! Damn, damn, damn! Oh, Alter! Jetzt, jetzt, jetzt geht er! Ach, ja genau, ist klar! Oh, lol! Das war ein guter Headshot! Hier von der Seite! Racheke! Oh, Mann, ey! Was ist denn hier los, ey? Tchakachaka! Ja, komm! Shit, der Gabax Express! Oh, na! Von hinten weiß ich, ich bin grad geboren worden, ey! Kommt ja von hinten! Oh, ey! Ey! Lass mich los! Ich hab auch den Nokian! Mann, was ist denn da los, ey? Was, Nokia hast du? Ey! Jetzt, ist gut, jetzt! Der Helm parkt hier rückwärts als mein! Ja, vorwärts ist dann weit! Oh, Alter! Wie auf soll ich denn noch ins Gesicht schießen?! Wow! Ich hab'n Helm auf! Ich hab'n Helm auf! Oh! Ich hab'n Helm auf! Ich hab'n Helm auf! Scheiße! Scheiße! Ey, ist gut jetzt! Oh! Der wurde haarig erzogen! Ey! Was? Wurde haarig erzogen? Wurde haarig erzogen? Was passiert? Ich weiß auch nicht! Ich hab'n grade erfunden! Ey! Warum hast du denn überhaupt einen Schaden hier? Ja, ne! Ich bin unverwundbar! Ich hab'n Terminator-Mod aktiviert hier! Oh nein! Außer Gabax! Er hat durchdringende Kugeln! Die Zweiter! Was?! Nein! Ich bin erst! Sechster! Sechster! Ich bin nicht mein Letzter! Stimmt da! Gerade so! Der Levano war mein letzter Tod! Äh, mein letzter... Getöteter! Ich bin dein letzter Tod! Hallo? So, Folge vorbei! Das mit Gabax, das der gewonnen hat, brauchen wir nicht mehr angucken! Was? Na gut! Dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge! Oha! Macht's gut! Ciao, liebe Leute! Ich hab' 20.000 verloren! Tschüss! Tschüss!